Hallo, hier ist Ina, die Papierverrückte. Ich zeige euch heute meinen Beitrag zur Silvester-Challenge. Genau, und welche Gedanken ich hatte und was ich gemacht habe, das zeige ich euch jetzt gleich. So, an Silvester verschenkt man ja in aller Regel Glück. Und Glück, das hat sich ja sozusagen so eingebürgert, hat verschiedene Symbole. Ich zeige euch jetzt heute, ich sage mal mindestens vier, vielleicht fünf, wenn das letzte klappt, das muss ich aber noch austesten. Glückssymbole, die ihr relativ einfach nachbasteln könnt. Ich starte mit dem Marienkäfer. Ich habe mir jetzt das Set Flotterkäfer von Stampin' Up gekauft, aber das müsst ihr nicht. Ich zeige euch erst einmal, wie ihr das mit dem Set macht, aber ich zeige euch auch nochmal eine Alternative, wie das jeder machen kann. Wirklich jeder, der ein bisschen Bastelsachen zu Hause hat. Also mit ein bisschen Bastelsachen meine ich buntes Papier. Ja, genau, so, starten wir. Also da, wie gesagt, ihr braucht dieses Set wirklich nicht, aber ich zeige euch einmal, wie es funktioniert für die, die das Set vielleicht zufälligerweise zu Hause haben. So, ein Marienkäfer ist klassischerweise sozusagen schwarz mit roten Flügeln. Ja, so, und die hier brauchen wir auch noch. Also, das heißt, ich muss meinen Käfer schwarz stempeln. Den könnte ich vielleicht noch braun stempeln oder sowas. Ein schönes Dunkelbraun wäre bestimmt auch nett. Ich hoffe, dass ich den schief aufgeklebt habe. Machen wir es so nochmal. So, also, der muss schwarz, nicht rot oder so. Da muss man jetzt gucken, dass man die Reihenfolge von den Farben richtig macht. So, schwarz. Wie gesagt, ich glaube, in echt ist er eher braun, der eigentliche Käfer sozusagen, aber wenn wir ihn so stilisiert zeichnen, in Anführungszeichen, dann machen wir ihn schwarz. So, Türchen. So, Nummer eins. Dann, wo habe ich die Flügel hin? Ach, Leute, heute ist schon wieder so ein Tag, wo alles schief geht. Da. Die liegen direkt vor mir und ich sehe sie nicht. So, dann schwarz brauchen wir gleich nochmal. Dann brauchen wir ein schönes Rot. Geht aber auch in Gelb zum Beispiel. Ja, es gibt ja auch welche, die so, naja, eher orangene Flügel haben. Gelb ist vielleicht ein bisschen zu hell, aber orangene gibt es hier auch. Und es gibt ja auch umgekehrte, gell? Also, da kann man dann auch sehr lustige Sachen machen. Ist die Frage, ob man das nicht fasst, ein bisschen zu rot ist. Ja, also für die, die die Stampin' Up Farben haben, man könnte Calypso mal probieren. Und dann, wisst ihr was, das mache ich doch jetzt geschwillt. Weil mir das jetzt, das ist dieses Real Red, ist mir fast zu dunkel. Aber da guckt ihr, welche rote Stempelfarbe ihr zu Hause habt. Ja, ich bin auf Pass zum Überlegen, ob ich die Oxides auch nochmal ausprobiere. Weil da habe ich ihn schon überguckt. Das ist schöner, das leuchtet ein bisschen mehr, das Calypso. Dann würde ich nämlich wahrscheinlich das Calypso nehmen. So, Delle. Und dann machen wir die rot wieder zu. Ihr denkt bitte dran, Stempelkissen, die man nicht benutzt, macht mal zu. So, aus Sicherheitsgründen. So, und dann machen wir unsere schwarzen Punkte. Ja, das ist jetzt eh Schäpp. Das ist jetzt, Achtung, ihr seht jetzt wahrscheinlich meinen Kopf, aber anders kriege ich es nicht hin. Ja, auch so hat es nicht richtig gut geklappt. Also nochmal. Mir rutsche ich ein bisschen ab. Das irritiert mich gerade. Mir rutsche ich gerade. Das ist normaler Cardstock. Nein, es gibt nochmal eine andere Möglichkeit, die kann ich euch auch noch zeigen. So, dann, nee, das brauche ich nochmal. Die andere Möglichkeit ist nämlich, dass ich es hier mitmache. Dann machen wir das nämlich auch noch ganz geschminkt. Einfach, dass ihr mal seht, was ihr für unterschiedliche Möglichkeiten habt. So, Delle. So, Delle. Und dann gibt es hier die Stanze mit dazu. Und da stanze ich mir das einfach aus. Jetzt bin ich mal so ein bisschen tricky, das so hinzulegen. Gerade wenn ich hier diese feinen Antennchen habe, dass das sich gut ausstanzt. So, das kann man mal als Embellishment nehmen. Das simuliert ja so eine Blume. Nein, hier habe ich es jetzt falsch gemacht. Seht ihr, da wäre es jetzt geschickter gewesen, das anders zu machen. Aber, wir haben hier eine Schere, ja, also kein Problem. Auch wieder hier richtig reinlegen. Das ist immer das schwerste. Das finde ich noch schwerer als bei den normalen Stanzen für die Big Shot. So, Dada. Das ist Variante Nummer 1. Auch falsch rum. Variante Nummer 2 ist eben, dass ihr nur die Punkte stempelt. Euch das einlegt. Hier kommt es vor allem nicht auf den Millimeter an. Das ist auch ganz geschickt. Weil ihr hier nicht diese weiße Umrandung habt, die mich im Zweifelsfall... zeigt, dass ich falsch gestanzt habe. Und dann können wir nämlich auch, auch nach der Einfachheit halber, damit ihr das auch seht, so den anderen so machen. Ja, aber man kann zum Beispiel auch den hier drauf machen. Ja, das ist jetzt Geschmackssache. Mir gefällt ganz ehrlich, wenn ich gerade ehrlich bin, der sogar am besten ohne den weißen Rand. Ich bin ganz seltsam abgerutscht mit dem Stempel irgendwie. Hätte ich vielleicht erst noch mal ordentlich sauber machen müssen, bevor ich ihn benutze. So, also das sind jetzt die zwei Varianten, wie ihr den Marienkäfer gestalten könnt, wenn ihr diese Stanze habt. So, wer diese Stanze nicht hat, der muss nicht verzweifeln. Also kleben wir natürlich noch. So, wer diese Stanze nicht hat, der kann einen ganz klassischen, ich sag mal, Kugelmarienkäfer machen. Und da schneide ich mir im Endeffekt das in der Mitte durch, den Kreis. Also ich brauche zwei Kreise, halt halt langsam, 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 langsam. Ich mache schon wieder zu schnell, gell? Müsst ihr mir sagen, wenn ich zu schnell mache. Also, genau. Ich brauche zwei Kreise, ich habe sie jetzt gleich groß gemacht. Man kann natürlich auch den roten ein bisschen größer machen. Ich brauche zwei Kreise, den roten schneide ich in der Mitte durch. Und dann noch mal in irgendeiner Art und Weise ein Kuchenstückchen ab. Da kommt es nicht aus einem Millimeter an. So, und dann klebe ich das so wieder auf. Das mache ich jetzt aber tatsächlich sofort. Dass ihr das auch richtig seht. Auch Kleber. So, und zwar gerade, dass da so ein... ...mini-Abstand ist. Ja, zwischen den beiden Teilen. Wie, habe ich ja gedacht, ich habe sie übereinander gelegt. Da ist es doch ein bisschen schief geworden hier. Na, müssen wir nachher nochmal nachschneiden. So, und dann kann ich eben hingehen. Klassische Glückszahl wäre sechs zum Beispiel. Dass ich meinen Marienkäfer... ...mit irgendeinem schwarzen Stift, den, den ihr habt. ...sechs Punkte drauf mache. Und jetzt kann ich eben zum Beispiel noch hingehen, wenn ihr einen weißen Gelstift habt. Ich habe leider keinen. Ich muss mir ganz dringend einen weißen Gelstift holen. Aber ich habe einen weißen Kreidestift, der tut es jetzt auch. Ihr könnt natürlich aber auch Nouveau-Dropse oder sowas nehmen. Ja, also da gibt es jetzt auch wieder unendlich viele Möglichkeiten, was ihr habt, um dem Kerlchen auch Augen zu geben. Dadurch sieht er nochmal ein bisschen lebendiger aus. Und so habt ihr auch einen Marienkäfer, mit dem ihr euren Freunden ein gutes neues Jahr wünschen könnt. Ja, wie gesagt, irgendwann hat man sich mal drauf geeinigt, dass die Glück bringen. Warum auch immer. So, und die kann ich jetzt auf eine Karte, auf ein kleines Geschenk drauf, ja, oder was auch immer ich halt habe. Um, ja, oder als Tischdeko, ja, was ihr halt dekorieren wollt mit Glücks. Glückssymbolen, ja, Layouts, wo es um Silvester geht oder so. Ja, sozusagen im Endeffekt ein Tipp, damit ihr für die Challenge sozusagen. So, das sind jetzt die Marienkäfer. Das ist, wie gesagt, Variante Nummer 1 an glücksspringenden Symbolen, die wir zur Verfügung haben. Und das nächste sind Fliegenpilze. Ja, die beiden sind jetzt auch mit fertigen Stanzen gemacht. Ja, aber auch hier gilt natürlich wie immer, wir kriegen das auch ohne fertige Stanzen hin. Und diesmal kriegt das wirklich jeder hin, der rotes und weißes Papier hat. Ich habe mit meinen Kindern so große gebastelt, das war eigentlich eine ganz witzige Sache. Für die Oma zum Geburtstag war das. So, jetzt entweder weiß oder ich habe hier so ein leichtes Beige, ja, also irgendeinen schönen hellen Farbton. Und dann nehmt ihr einfach Reste, die ihr eh schon habt. Ich nehme vielleicht eine Schere, die nicht so viel Krach macht. Die macht auch Krach. Naja, passe ich auf, dass ich nicht so viel Krach mache. So. Und ihr schneidet euch in irgendeiner Art und Weise einen Stiel zurecht. Ja, wie gesagt, wer Stanzen hat, der nimmt Stanzen. Wer keine Stanzen hat, der kann sich einen Stiel zurechtschneiden. Und das Tolle ist, dadurch, dass es eine Pflanze ist, muss das gar nicht perfekt sein. Aber ich würde hier tatsächlich gerne noch ein bisschen weiter rein. So, dass es ein bisschen lebendiger aussieht. So, und dann schneidet ihr euch einen Hut zurecht. Auch der ist relativ einfach. Unten braucht ihr so eine leichte Biegung. Und dann macht ihr so eine Art, ich sag mal, abgerundetes Dreieck. Wer das freihand nicht kann, der kann sich immer eine Vorlage aus dem Internet runterladen. Ja, das verbietet euch niemand. Solange ihr sie für den privaten Gebrauch habt, sozusagen, könnt ihr euch da Vorlagen aus dem Internet runterladen, so viel wie ihr wollt. So, den klebe ich hier drauf. Und dann entweder mit einem weißen Stift oder aber ihr nehmt euren Loch um. So, sagen wir mal auch wieder sechs, oder? Das ist ja hier, wie gesagt, sozusagen die Glückszahl. Muss ich den drücken? Wahrscheinlich bin ich nur zu ungeduldig. Ja, ein weißer Gelstift wäre jetzt, wie gesagt, geschickter. Aber den besitze ich nicht. Und ihr seht, es klappt auch ohne weißen Gelstift. Und wer wirklich gar keinen? Nee, ich mach ein paar mehr. Hier fehlt definitiv noch ein Punkt, damit es harmonisch aussieht. So, jetzt könnte man natürlich auch noch, dann sieht es auch noch ein bisschen natürlicher aus, wenn man hier noch so halbe Punkte an den Rand macht. Auch unterschiedliche Größen können gut aussehen, ja? Also da ist wieder eure Gestaltungsfreiheit. Ihr könnt euch ja auch im Internet mal Fotos angucken, wie sehen die denn echt aus? Ja, dann kriegt ihr da vielleicht auch nochmal Inspiration. So, jetzt habe ich schwuppdiwupp einen Glückspilz, ja? Und das geht so einfach. Und auch wenn ich 20 Stück davon machen muss, das geht wahnsinnig schnell, wenn ich da einfach vor mich hin schnipsele, ja? Also das ist auch schnell gemacht und wie gesagt, alles sehr unkompliziert. So, dann, wir bleiben bei unseren Farben. Bis jetzt ist es ja sehr einfarbig, es wird aber nachher noch bunt, keine Sorge. Auch noch ein gängiges Zeichen für Glück ist ja unser Schornsteinfeger sozusagen. Und jetzt habe ich im Endeffekt drei Sachen, womit ich den Schornsteinfeger kennzeichnen kann. Also ein klassisches wäre tatsächlich die Leiter. Ja, die schwarze. Dann hat er ja diesen, also wir sind echt ein bisschen größer, diesen, ja? Wie so ein Flaschenputzer, nur in groß, ja? Also diese Bürste sozusagen. Und wir haben den Zylinder. Und Zylinder, Leute, ist nun wirklich das, was wir am allereinfachsten nachbauen können. Ja? Und dann erkennt man das auch relativ schnell als Zylinder erst recht, wenn man das dann mit dem vierten kombiniert, was ich euch gleich noch zeige. Aber jetzt erst mal schnipseln wir uns einen Zylinder. Das heißt, ich brauche ein Rechteck oder ein Quadrat, ja? Das könntet ihr, wenn ihr so gestitchte Rechtecken habt. Egal. Also wenn ihr Rechtecke zum Stanzen habt, könnt ihr die auch nehmen. Und mit gestitchten wird es natürlich ein bisschen lebendiger, ein bisschen netter, sage ich mal. Ja? Aber mir ist ja wichtig, immer, ja, dass ich euch Alternativen zeige, dass ihr eben kein Geld ausgeben müsst. So, auch den könnte man jetzt schön sauber zuschneiden hier. Diese Träerbalken. So. Ich weiß nicht, wie der heißt Krempe, oder? So. Schwuppdiwupp, unser Zylinder ist fertig. Ihr seht, alles kein Hexenwerk. Und alles mit ziemlich einfachen Mitteln. So. Da, da, der Zylinder ist fertig. Ja, und jetzt kann man ja zum Beispiel, wenn man jetzt, na gut, der Marienkäfer, der fällt natürlich schwarz auf schwarz ein bisschen nicht so schön auf. Aber der Fliegenpelz, der ist jetzt ein bisschen groß. Den kleinen habe ich hier schon aufgeklebt. Gut, mit dem hier wird es natürlich gehen. Den sieht man. Und schwuppdiwupp habe ich Zylinder mit Marienkäfer und die allermeisten Leute in unserem Kulturkreis würden dann verstehen, dass das ein Glückssymbol ist. So. Jetzt wird es nochmal eine Runde bunter. Gucken, die Farbe habe ich sogar vergessen. Und spätestens, wenn ihr die Farbe seht, wisst ihr wahrscheinlich, was als nächstes kommt. Und, ja, Lila brauche ich nicht. Grün. Wir haben noch ein Glückssymbol, was sehr grün ist. Und zwar das Kleeblatt. Ihr könnt euch auch ein Kleeblatt aufzeichnen und ausschneiden. Das finde ich aber schon wieder relativ kompliziert. Ich habe jetzt meine Herzstanzen mal genommen. Ich habe zwei verschiedene. Ich denke, mit dem sieht das Kleeblatt nachher am natürlichsten aus. Aber wie gesagt, ihr könnt auch Kreise ausstanzen und die dann so ein bisschen zulaufen lassen. Die ausschneiden. Ich versuche es jetzt mal so. Ja, aber die kommen nicht schön in der Mitte zusammen. Dann probieren wir doch den hier mal noch. Vielleicht wieder abwechselnd. Weil hier komme ich schöner. Ja, okay, das gibt den schöneren. Ja, aber man kann auch das auch hier mitmachen. Das geht. So, so ist mir das jetzt aber noch ein bisschen zu, naja, flach, sage ich mal. Jetzt probiere ich mal. Ja, mal schauen. Das wird jetzt ein bisschen puddelig. Aber ich nehme mir jetzt ein dunkelgrün. Und inke mir meine Ränder. Aber das ist wieder komplett freiwillig. Das müsst ihr nicht tun. Wer keinen so einen Spunge-Dobber hat, der kann mit Make-up-Schwämmchen das machen. Oder auch mit einem Wattestäbchen zum Beispiel. Also wie gesagt, bitte, bitte immer daran denken, ihr müsst nicht die teuren Sachen kaufen. Es gibt immer Alternativen. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir das kommunizieren mit euch. Klar, die teuren Sachen, das sind natürlich Werkzeuge, die die Arbeit vereinfachen. Aber es gibt auch immer Tricks, wie man ohne die zurechtkommt. Also mit euch würde es auch gehen. Aber wie gesagt, ihr könnt die Blätter auch, wie gesagt, guckt euch eine Vorlage im Internet an. Und dann könnt ihr das doch ganz einfach nachmachen. Also ausschneiden mit der Hand, meine ich. Wer keine Herzstanzen hat. Ihr könnt euch auch stellen, wenn ihr große Herzstanzen habt, schön große Blätter machen. Da kommt es dann halt immer drauf an, was ihr machen wollt. So, jetzt. Ich will vor allen Dingen ein bisschen Kleber. Und ich kombiniere die beiden jetzt. Und dann sieht wirklich jeder, was gemeint ist. Jetzt würde ich hier tatsächlich in die Mitte, wo es mal so richtig sieht, dass es zusammenhält. Und ein Steinchen reinmachen. Jetzt fällt mir der Name ein. Aber wo sind meine Steinchen? Das habe ich vor zwei Tagen gebraucht. Und so wie es aussieht, nicht zurückgeräumt. So. Also schon wieder die oberste Regel. Missachtet. Sachen immer sofort aufräumen. Genau. Ich habe nämlich noch so wunderschöne Grüne. Aber auch das wieder ist nur freiwillig sozusagen. So. Und das ist jetzt, wie gesagt, sind jetzt Sachen, die könnt ihr nutzen, um Karten zu gestalten für Silvester, mit denen ihr Leuten Glück wünschen wollt. Ihr könnt eure Tischdeko machen, falls ihr doch mit ein paar Leuten dieses Jahr feiern wollt. Also ihr könnt Layouts damit machen. Ja. Kleine Geschenke, die ihr Nachbarn, Freunden oder sonstigen eben schenkt. Ja. Um zu zeigen, wir denken an euch. Das ist, und wie ihr gesehen habt, geht es sehr, sehr schnell. Also es ist nicht wirklich Arbeit, da ein paar Sachen zu machen. Genau. Das war jetzt, wie gesagt, meine Idee für heute. Dass ihr mal so ein bisschen Einblick kriegt in, ähm, ja, die Glückssymbolik sozusagen. Obwohl ich echt nicht weiß, was das jeweils bedeutet. Ich finde es spannend, dass man was, was giftig ist, als Glückssymbol verwendet. Ähm. Beim Kleeblatt ist so ein bisschen klar, weil das ja, ähm, und beim Schornsteinfeger ist es auch klar. Also das Kleeblatt, das vierblättrige, ist nun mal selten. Das heißt, wenn man es findet, hat man ein seltenes Ereignis und damit Glück gehabt, sozusagen. Und der Schornsteinfeger früher. Klar, wenn der Schornsteinfeger kam, dann hieß das, dass ein Hausbrand unwahrscheinlicher wurde. Ja, und von daher gesehen natürlich auch Glück. Bei den anderen Sachen weiß ich es tatsächlich nicht. Ähm. Ähm. Aber wie gesagt, mir ging es ja hauptsächlich darum, dass ihr das basteln könnt. Ihr habt meine Ideen jetzt mitgenommen. Vielleicht macht ihr was draus. Ihr denkt dran, wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr Sachen nachbastelt und uns das über Instagram dann zeigt. Ja, ihr kennt es, dass ihr dann mit Ad uns das schickt, sozusagen. Also schicken in Anführungszeichen, ja, dass wir das dann sehen. Das freut uns ganz arg. Und, ähm, ja. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Wir sehen uns nicht mehr vor dem neuen Jahr. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns aber dann direkt im neuen Jahr, ähm, mit der Challenge. Die ihr bitte nicht vergesst. Alle, die mitmachen wollen. Und, ähm, ich verlinke sie euch am besten nochmal, für die, die Interesse daran haben. Und dann auch mit guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Das, ähm, gibt es dann auch im nächsten Jahr. Also, zum Abschluss wünsche ich euch alles Gute. Kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Macht's gut und bleibt schön kreativ. Wir sehen uns dann.